Das Varones Vespaa ist kein gewöhnliches Teleskop, sondern eine Kombination aus einem leistungsstarken Computer und einer normalen Optik. Aber was kann das leisten? Schauen wir es uns an! Hallo bei astroshop.de! In diesem Video geht es um eine neue Art von Teleskopen. Geräte, die sich vollautomatisch ausrichten und uns das fertige Astrofoto auf das Smartphone senden. Genauer gesagt um das Varones Vespaa. Das Vespaa ist die kleine Schwester vom größeren Stellina. Mit 50 mm Objektivöffnung und 200 mm Brennweite ist es ziemlich klein und sieht fast schon knuffig aus. Aber gerade das macht es auch sehr schnell und einfach einsatzbereit. Und schauen wir uns einfach mal an, wie es sich in der Praxis schlägt. Auf der einen Seite gibt es klassische Teleskope. Wenn wir Bilder damit aufnehmen wollen, brauchen wir ein Tubus, eine Montierung, Kamera, Nachführung, Computer und noch so einiges mehr. Astronomie und auch Astrofotografie ist schon ein intensives Hobby. Doch was wäre, wenn es schneller geht? Und zwar deutlich schneller. Smart Teleskope sind eine neue Welt, die Teleskopoptik mit moderner Technik verbinden. Und zwar in einem hübschen Gehäuse. Auf Knopfdruck mittels einer Smartphone-App GPS Wireless LAN orientiert sich das Teleskop und gleicht über eine Mustererkennung, die sich Plate Solving nennt, Sternmuster, mit der Position ab. Plate Solving bewahrt uns davor, manuell Referenzsterne anfahren zu müssen und dem Teleskop sagen zu müssen, was es sieht. Das erkennt es nämlich selbst. Eine weitere Technik ist das automatische Stacking, also das Übereinanderlegen von Aufnahmen, um das Signal-zu-Rausch-Verhältnis zu verbessern. Dazu kommen empfindliche Sensoren, die Ihnen schon innerhalb von wenigen Minuten ein schönes Bild vor die Augen zaubern. Aber kommen wir jetzt zum Vaones Vespera. Das Vespera ist ein kompaktes Mini-Teleskop und besitzt, wie anfangs erwähnt, einen Objektivdurchmesser von 50 mm. Der Hersteller bewirbt es als die leichteste Beobachtungsstation der Welt. Und das könnte in der Tat auch stimmen. Mit der kurzen Brennweite erzeugt es im normalen Modus ein Bildfeld von 1,6 x 0,9 Grad. Im Vergleich zum Stelliner ist der Bildausschnitt schon größer. Das Licht wird von einem apochromatischen Objektiv aus vier Linsen gesammelt und von einem Sony-Sensor aufgefangen, wie er auch schon in anderen Astro-Kameras verbaut wurde. Die Leistung liegt aber in der internen Software von Vaones, die aus den Informationen schließlich ein fertiges Bild gewinnt. Sobald man das Vespera-Teleskop startet, öffnet sich der Arm automatisch, also die Teleskop-Optik öffnet sich. Und es ist immer wieder faszinierend, zuzuschauen, wie sich das Teleskop selbsttätig in Bewegung setzt. Und es ist immer wieder faszinierend, zuzuschauen, wie sich das Teleskop-Optik öffnet sich. Zum Vespera gibt es ein Mini-Stativ im Lieferumfang. Hier schrauben Sie einfach die kleinen Beine an. Schon können Sie das Teleskop auf eine ebene Fläche stellen und kleine Unebenheiten ausgleichen. Fertig. An der Unterseite besitzt das Vespera-Teleskop ein 3,8 Zoll-Gewinde. Das hat den Vorteil, dass Sie das Gerät auf jedes handelsübliche Fotostativ schrauben können. Und Sie erreichen damit eine gute Stabilität und natürlich auch ein wesentlich höheres gewünschtes Niveau. Für das Vespera gibt es als Zubehör einen Rucksack. Das ist eine feine Sache, denn so haben Sie Ihr Teleskop immer griffbereit. Wenn der Himmel aufklart, dann schlägt die Stunde dieses Teleskops. Sehen wir uns das Vespera und die App einmal in der Praxis an. Zuerst sollten Sie natürlich die App herunterladen, die es für Android und iPhones gibt. Einfach in den App Store oder in den Play Store gehen. Praktisch ist es auch, Sie einfach auf einem Tablet laufen zu lassen. Wenn Sie die App das erste Mal starten, müssen Sie einen neuen Account vergeben. Nach der Registrierung locken Sie sich ein und gelangen in Ihr Space Center, die Startseite Ihrer App. Bestimmen Sie über dieses Feld Ihren Beobachtungsort und entscheiden Sie sich, ob Sie eine Adresse oder Koordinaten eingeben oder das GPS Ihres Smartphones nutzen. Es ist also ganz einfach. In diesem Fall wählen wir die Variante mit der Adresseingabe. Nun müssen Sie nur noch den Ort bestätigen und auch den Namen Ihres Observatoriums. Schon kann es losgehen. Sie können jederzeit auch einen weiteren Beobachtungsort über dieses Pluszeichen generieren. Nun geht es aber nach draußen. Wir wollen ein erstes Objekt ansteuern. Aktivieren Sie dazu das Vesperer-Teleskop. Dazu öffnen Sie die Wi-Fi-Einstellungen und wählen das vom Vesperer erzeugte Netzwerk aus. Danach kehren Sie wieder in die App zurück und starten die Initialisierung, die Sie hier in der Mitte Ihres Space Centers finden. Die Initialisierung startet und zeitgleich öffnet sich der Arm, richtet sich zum Himmel und führt eine Mustererkennung am Sternenhimmel durch. Das Teleskop beginnt also jetzt, sich am Sternenhimmel zurechtzufinden. Und noch etwas. Sie müssen nicht scharf stellen, denn das Teleskop fokussiert automatisch. Nach ein paar Minuten ist es dann soweit. Wir können Objekte anfahren. Dazu ist der zweite Tab auf Ihrer App da. Hier sehen wir empfohlene Himmelsobjekte und wir können nach Kategorien suchen. Haben Sie ein bestimmtes Objekt im Sinn, dann können Sie einfach direkt danach suchen. Sagen wir, wir wollen die Andromeda-Galaxie beobachten. Die App bietet etliche Informationen über das Objekt. Super für ein reichhaltiges Hintergrundwissen. Über den Button ganz unten fährt Vesperer das Objekt jetzt an. Wir können live mitverfolgen, wie die Distanz zum Objekt geringer wird, bis wir am Ziel sind. Ein superschönes Design und eine nette Spielerei lässt uns glauben, wir würden per Wop-Geschwindigkeit zum Objekt reisen. Und schon sind wir angekommen. Jetzt geht das Teleskop in den Live-Modus. Es deckt ein Bild nach dem anderen, und zwar mit einer Belichtungszeit von bis zu 10 Sekunden. Das Bild wird immer deutlicher sichtbar und nach und nach nimmt auch das Rauschen im Bild ab. Doch gerade wenn es um größere Objekte wie die Andromeda-Galaxie geht, wäre ein deutlich größeres Bildfeld schön. Aber wie soll das gehen? Mit dem automatischen Mosaik-Modus. Sie bestimmen vorher ein Feld und Vesperer scannt anschließend Stück für Stück die notwendigen Himmelsareale ab. Überlappende Bildteile werden wieder zu einem größeren Bild zusammengesetzt. Dadurch erreichen Sie ein Feld von maximal 3,2 x 1,8 Grad. Einziges Manko, Sie brauchen für solche Bilder mindestens 60 Minuten Zeit, sonst ist das Foto nicht komplett. Dieser Mosaik-Modus ist absolut faszinierend. Die Bilder können wir nun in der Galerie im Format JPEG abspeichern oder sie auch auf das Smartphone exportieren. Für die Experten gibt es auch weitere Funktionen, wie zum Beispiel die Aufnahme im TIFF-Format oder im FITS-Format für die eigene Weiterverarbeitung am Computer. Es ist schon ziemlich simpel und auch faszinierend mit dem Vaones Western. Und dann können Sie das Teleskop aufstellen, sich um keine Einstellung oder Technik kümmern. Einfach nur das Teleskop selbst und die Verbindung zum Smartphone oder Tablet ist wichtig. Und dann können Sie schon losstarten mit der automatischen Astrofotografie. Ja, wenn Sie an dem Teleskop interessiert sind, dann schauen Sie doch auch gerne mal unten in die Videobeschreibung und klicken auf den Link. Mit oder ohne Smart Teleskop. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß bei der Beobachtung und bis zum nächsten Mal. Tschüss.